Hallo, ich bin der Christian, ich arbeite seit 2008 bei der Zillertalbahn, bin ungefähr seit 10 Jahren Lokführer bei der Zillertalbahn und ich nehme mich heute mit mit der Dampflug. Da hat es angefangen, vier Stunden vor der Abfahrt an, da hat es die Lok gefahren, da darf es sie neu ausschmieren und ja, eine gute Stunde vor der Abfahrt, komme ich, schaue ich noch einmal alles durch, fahre wir auf den Zug, machen wir eine Bremsprobe und dann fahre wir aus. Das Interessante an der Dampflokken ist, man kann sagen, die sind jetzt 100 Jahre alt, die Dampflokken, was die hier sind noch leistend und wie gut, dass sie beieinander sind und die Geräuschkulisse dazu, das ist einfach ein Hammer. Die Ausbildung zum Lokführer, die machen wir bei uns da im Betrieb. Zuerst muss man es ein paar Jahre herzen, das muss jeder durchlaufen, das System, und dann kann man es antreiben zu der Dampflokführerrufung. Der Dampflok ist sicher etwas zum Genießen. Da bist du ein bisschen länger unterwegs, durch das Talkostadie, die Sehenswürdigkeiten ein bisschen anschauen und den Berg, es ist sicher etwas zum Genießen. Der Dampflok von der Zillertalbahn wird sehr gut angenommen durch die Reisegruppen und durch die Familien, was beim Talurlaub machen, super. Ja, es ist eine große Leidenschaft und es ist etwas Besonderes und ich freue mich eigentlich jeden Tag, wenn ich aufsteigen darf auf die Lok.